Premier ist eine Produktlinie, die vom Apotheker für den Kunden hergestellt wurde. Und zwar ist es eine apotheken-exklusive Produktlinie, die nicht in Drogerin zu finden ist. Das heißt, man weiß, dass man hochwertige Produkte kauft. Es ist ein österreichischer Hersteller gefunden worden, der in standardisierter Qualität unsere Produkte herstellt. Es ist ein gut leserliches Piktogramm drinnen, das heißt, jeder Kunde weiß ganz genau, wie er was einzunehmen hat. Es ist ein innovatives, klares Design gewählt worden. Es ist kaum zu verwechseln. Und was ganz, ganz wichtig ist, in der Packung wurden hauptsächlich, also zu 90 Prozent, wirklich umweltfreundliche Polypropylenblister genommen. Bei einem Produkt ging das dann nicht, weil es ein ölhaltiges Produkt ist. Es liegt im Hochdosisbereich, was sich dann auch wieder vom Drogeriemarkt absetzt. Es ist fruktosefrei, laktosefrei und glutenfrei. Ganz wichtig, das ist jedes Produkt von uns. Also man kann ganz getrost zugreifen, wenn man ein Allergiker ist. Unsere Produktpalette beinhaltet zehn Produkte, und zwar Pflanzenextrakte, Vitamine, Mineralstoffe und Omega-3-Fettsäuren. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu sich zu nehmen, weil es durch eine falsche Ernährung Mangelerscheinungen gibt. Und daher ist auch der Apotheker da, um das zu erkennen und darauf zu reagieren, was man dann tatsächlich einnehmen soll. Untertitelung Pfund Untertitelung lesouve